und damit ein herzliches willkommen zurück zu einer weiteren folge von SWORD ARD ONLINE LAST SONG im letzten part hatten wir eine kleinere mini mission mit asna und unserer kleinen tochter hier drin und konnten ein cooles foto schießen wie ich finde und ein süßes und ja wir sollten jetzt noch mit drei oder vier personen sprechen hier bevor wir sicher wieder zur tat schreiten können also tun wir doch dies und let's go während dieses event findet ein kampf statt müsst wirklich starten unsere schwester will gegen uns kämpfen dann möchte ich euch natürlich zuerst nicht vorenthalten was ich hier so gemacht habe ich habe hier unter dessen hier mal so ausgerüstet wappen von gunnar warte mal kann ich euch das zeigen ein wappen mit dem bild einer kriegerin gewährt immunität gegen paralyse und versiegeln ziemlich cool ne ich habe hier auch roter tod auf zwei gemacht ziemlich cool und was kann ich sonst noch euch sagen hier wartet mal ich habe das natürlich bei jedem teammitglied jetzt gemacht es ist keiner mehr schwach eigentlich suriyuken mit bis zu 209 damage mit plus zwei ne skills sehen übrigens jetzt auch besser aus guckt euch an also ja hier ist es noch ziemlich maka also ziemlich mickrig allerdings hier bei magie habe ich full house bei der und bei joki sieht naja nicht ganz so doll aus aber immerhin hat sie eine passiv fähigkeit einer der einzigen die moment passiv fähigkeiten haben und natürlich auch magie gibt es dann bolzen dunkler verstärken also dunkel verstärken schwächen schleuder stein dunkle sphäre was es damit auf sich hat weiß ich noch nicht genau aber nun gut bei mir war es was war das gegenstände brauche ich nicht skills hier hier habe ich doppelklinge schaden erhalten ziemlich cool angriff erhöhen passiv nice status widerstand erhöhen und so weiter und so fort hier ist es trotzdem noch ein wenig mickrig an sachen für den kampf aber nun gut im ende haben wir hier voll oh das habe ich gar nicht ausgerüstet das ist weniger cool heißt wenn wir nämlich mal so eine waffe anhaben also ausgerüstet haben hätten wir nicht damit fighten können naja zumindest nicht richtig soja wir sind jetzt ready und haben genug gequatscht die allerdings fangen erst an oh man aber ist zum glück eine spannende geschichte indirekt oder immerhin lustig chau ちょっと話したいことがあってさ今日の晩ご飯の相談か確か当番だったよな 違うよ攻略の話 Ich bin froh, ich bin froh, aber ich bin froh, wie gut? Ah, das ist doch nicht so. Ich bin froh, ich bin froh. Ich bin froh, dass du so auf die Führungstelle bist? Ich bin froh, dass ich mich immer auf die Führungstelle bin, und ich habe keine Angst, wenn ich mich nicht mehr so fühle, ich will. Ich bin froh, dass ich mich nicht mehr so auf die Führungstelle bin. Äh, sind wir jetzt irgendwo in einem Dungeon oder wie? Da waren wir doch schon, aber irgendwann kann ich wieder Sachen sammeln. Ist doch auch was Schönes. Äh, und natürlich hier rumprügeln. Ähm, sorry, dass ich dich schnell störe, aber du kannst mir sicher sagen, wie du ausgerüstet bist. So, Juken, das heißt, du hast da auch ein 299er Damage. Passt auf jeden Fall. Skills habe ich dir hoffentlich auch alle ausgerüstet. Ne? Das hoffe ich zumindest. Und dem ist so, das heißt... Nice. Das wird ordentlich easy vorangehen. Zwei Schläge nur noch. Haha. Endlich, das wird nice. Was? Ich hab die Beute schon besiegt. Ach so, die Mission, so. Was machen wir hier? Ey, Oka. Tut mir leid. Ja, klar bin ich stärker geworden. Was denkst du denn? Ich weiß nur nicht, wo wir langen müssen. Oder was wir hier genau suchen. Sie will einfach ein wenig Zeit mit uns verbringen, aber das kann sie auch anders. Ach so, jetzt weiß ich wieder, wo wir sind. In einer mit der letzten Dungeons. Muss das sein? Naja. Immer ein gutes Training. Fünf Schläge oder sechs. Außer wir landen in Crit oder so. Na dann. Gehen wir mal eine Tasche höher. Und nehmen auch die hier auseinander. Wie lange brauche ich jetzt für die? Äh, ja klar. Unten durch. Das muss ja so kommen. Tschüssi. Na klar bin ich stark geworden. Was denkst du denn? Wie gesagt. Ist kein Thema. Oh, du hattest der Boss, oder? Könnte das sein? Könnte dies die Möglichkeit sein? Sehr korrekt. Schau, schau, schau. Es gibt einen riesigen Monster, oder? Das ist... Wie ist es? Das ist ein Monster-Diesel-Diesel-Diesel-Diesel-Diesel-Diesel-Diesel. Wie ist es hier in diese Richtung? Was ist das? Okay, ich weiß nicht. Ja, ich weiß nicht. Das ist ein Tier. Das ist ein Tier. Oder ist das ein Flag? Was ist das, was die Event-Diesel-Diesel-Diesel-Diesel-Diesel-Diesel-Diesel-Diesel-Diesel? 助けてあげる どうしたのお兄ちゃん 向こうから別のプレイヤーが来るぞ えっ えっ どうしよう とりあえず様子を見てみよう お、うん こんなところに邪心がいるぞ おお! 本当だ こいつ何か弱ってないか おお! マジだ! Das ist gut, was ich? Ich werde es nicht verletzen. Ja, in der vorherigen Quästen war, wurde er gebetet. Es ist anders als das, aber er ist auch derjenige, was er. Das ist gut, wenn man nicht bewegt, wenn man nicht bewegt. Hehehe, der schrecklich ist. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich weiß nicht, dass ich mich nicht mehr schlafen habe, aber ich glaube, dass ich mich nicht mehr schlafen habe. Die Schmerzen können Sie helfen? Wenn Sie die Schmerzen haben, dann können Sie die Schmerzen viel Geld verdienen. Die Schmerzen ist nicht egal. Ich will nur helfen. Ich will nur helfen. Ich glaube, es ist nicht nur ein Schmerzen. Es ist ein Duell, oder? Sie sind 4, aber wer ist es? Ja, natürlich ist es auch ein Duell. Aber es ist es gut, wenn Sie sich mit den Schmerzen haben. Das ist gut, was ich? Ich habe mich nicht zu sagen. Ich werde jetzt die Worte sagen, dass ich die Worte verletzen! Oh mein Gott! Ich habe mich nicht zu sagen. Ich habe mich nicht zu sagen. Ich habe mich nicht zu sagen. Aber ich kann mich nicht zu sagen. Ich habe mich nicht zu sagen. auf jeden fall wisst wo er geht von meiner schwester weg meine fresse weiß die sind schon tot es darf ich mal wir sind viel zu stark die konnten uns kam ja und wie sagt man so schön qualität ist besser als quantität ne oder das noch kachetan war ich gar keine jahre ich kann nicht nur noch muss ich doch mal Was ist das? Ah, dann. Haha, das ist ein Adol-Kaomake, Kirito-kun. Haha, du hast es. Aber das ist so, dass diese Frau sicherlich gut ist. Wir haben uns zuerst verabschieden, aber ich weiß nicht, dass sie sich in der anderen Partie beobachten kann. Ich weiß nicht, dass ich es schnell machen kann. Oh? Es gibt einen Zeck-Bahn. Das ist wirklich! Es steht da etwas geschrieben. Was ist das? Das bedeutet, dass es die Welt und die Welt ist. Was ist das? Was bedeutet das? Vielleicht ist es das Wichtigste, dass du mit der Welt und der Welt geholt hast? Die Welt und der Welt... Ich glaube, dass es zwei Schmerzen auf der Erde gibt. Aber ich weiß nicht, dass ich es nicht so gut verstehe. Ich weiß nicht, dass ich es nicht so gut finde. Ich weiß nicht, oder? Ich weiß nicht, ob ich in Argo weiß. Wir gehen in die Stadt. noch kurz zur Taverne. Denn wir können ja Quests abgeben, wie ich glaube, ich noch gesehen habe. Abschließen. Ja, warum nicht, ne? Gefällt mir. So muss das. Jetzt gehen wir hier wieder raus und sprechen noch mit dieser guten Dame hier. Um die Ecke hier. Oh, schon wieder ein Kampf. Ja, umso besser. Kämpfe interessieren uns doch immer und Storys. Wenn sie gut sind, auf jeden Fall auch, oder? Soitsか. Kuhasiii情報は 俺っちもまだ 集めてる途中なんだ. 今わかってる情報だけでも 売ってほしいんだけど. まだちゃんと裏が 取れてないから 売る気はないぞ. 情報屋としての 信用が下がるのは ごめんだから. でも, どうしても 邪心を 助けてあげたいんです. 裏が取れてないなら 私たちが その情報の 真偽を 確かめます. しょうがないな. この情報は ただでくれてやるよ. え? いいんですか? その代わり キーボーたちが 攻略したら そのイベントの 情報を 売ってくれ. ああ, わかった. 邪心の近くに あった石板は 確認したか? 太陽と月が 奪われたから ここに 持ってこいってやつだろ. それだ. このイベントでは 太陽と月 両方を 集めなければ ならないんだ. そして, このスバルトアールブヘイムの レアアイテムに 太陽の石 月の石と 呼ばれるものが あるんだ. それらの石が ある場所は? 正確な位置までは 分かってないが どちらも ここにある 洞窟の中だよ. それだけ 分かれば 十分だ. ありがとうな, アルコ. どういたしまして? 念を押すようだわ. 攻略が終わったら このイベントの 情報を 売ってくれよ. もちろんだよ. よし, さっそく 石を探しにこう. ふん, 頑張ろう! ここに 太陽の石と 月の石が あるんだよね? ああ, ここから 情報がないから 注意して進むぞ. お疲れ様でした。 Ähm... Dankeschön. Das finde ich doch super. Ähm, oh. Da ist der Eingang. Hm. Das Monster ist eher als andere. Ah, guck mal, Herr. Oh, Herr. Da ist der Monster im Hintergrund. Da ist ein Orang-Frau. Da ist das, was weiß ich. Das ist wahrscheinlich ein太陽-Frau. Das ist so. Wenn du ihn nicht wegschraubst, dann kannst du ihn nicht wegschrauben. Ja, genau. Wir gehen, Herr. Ja, das ist kein Thema. Tja. Das ist kein Thema. Die liegen alle schnell mal. Tschüss, Herr. Das war schon. Da ich mich so hoch gepusht hab. Es ist kein Thema mehr. Weil es ein Spiel ist? Leider ja. Da ist ein Sandstein. Oh yeah. Und wo sind die anderen? Das geht Final Revolutions hat 65 erreicht. Okay. Das ist doch auch mal was. Ähm. Was ist denn hier? Tschüssi. Ich muss da mal. Du kannst dich ja noch um den kümmern, aber... Für mich ist das vorbei. Und hinter dem ist wohl der Mondstein, oder wie? Ja. Das ist kein Thema. Ja. Was ist denn hier los? Wes? Wo sind wir denn hier gelandet? Äh. Hallo? Äh. Yo. Ey. Hallo? Ich glaub, mein Schweinpfeif, mein Freund. Wow. Wie viel Damage wir ihm machen. Wenn wir mal eine Ulti starten. Ziemlich genial. Komm mal her. Oh yeah. Ich glaub, mein Schweinpfeif, mein Freund. Du willst dich wirklich mit uns anlegen. Wir sind viel zu... ...gut. Das meinte ich doch. Guckt euch, dass dann wie unsere Schwerte leuchten. So ein Schwert oder so könnte Zorro vertragen. Oh ja. Oh ja. Also, wenn wir uns anlegen. Na, ich glaub, meine Frau nicht zuversteigen. Mir ist ein Mensch, dass ich so richtig information auszulassen. Also, ich glaube, dass wir etwas dafür mit der Frau für mich Helen zu sein. Hahahaha. Ich glaub, ich glaube, ich glaube, was das so richtig. Ach, von fast. Die Frau sieht man eher die Tür. Ich habe keine Ahnung, was ich? Ich habe keine Ahnung, dass ich mich so nicht aufhören. Ich habe keine Ahnung mit meinem Freund zu kommen. Was? Ich habe mich nur zuvor, weil ich mich so sehr erinnert habe. Was ist das? Ich habe es gut. Aber ich bin sehr froh. Ich habe mich mit meinem Freund zu beherren. Aber ich habe mich mit meinem Freund zu beherren. Ich habe mich mit meinem Freund zu beherren. Was ist das, was ich? Hmm, was ich? Was ist das, was ich? Was ist das, was ich? Was ist das, was ich? Dann... woanders! Haha, das ist alles. Das ist alles gut. Hehehe... Das stimmt. Ich weiß nicht, ob ich es kann. Aber ich kann es versuchen. Ich bin ein bisschen zufrieden. Hehehe, mein Freund, danke! Na? Na, jetzt. Ich bin ein bisschen zufrieden. Ich bin jetzt in der Stadt. Ich werde mich auf dem Ort wieder aufwenden. Ich bin jetzt in der Stadt. Hehehe... Genau, ja. Ich werde es schnell aufwenden. Du hast den Mondstein. Ziemlich korrekt, Mann. Ja, dann haben wir heute ziemlich... eigentlich viel erlebt. Für... die Umstände, die wir... hier immer ertragen müssen. Hier. Und... was ich damit meine, ist natürlich die Texte, die nicht gerade kurz sind. Es gibt ja manche, die wollen nur die Kämpfe sehen. Und das wird hier wohl kaum möglich sein, ne? Naja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Wenn es denn wieder heißt... Sword Art Online, Lost Songs, Freunde. Till Leuk.